hallo grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen video wir gehen heute zu man sehen was ich fast nicht aussprechen kann Hallerwiessee oder Halleswiessee der liegt da irgendwo in der Nähe Halleswiessee ist wurscht wie es heißt da gehen wir heute hin da nehmen wir euch mit viel Spaß jetzt geht es zum Parkplatz los Salzburg Landschaftsschutzgebiet also man darf da gar nichts wo los geht es und Karin geht aufs Klo oder was ja nein aber nicht wirklich ja ha 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 schau doch nicht was wir gekommen sind so der Karin ihre Verteidigung sie hat eine leichte Blasen Entzündung so jetzt geht es weiter jetzt haben wir schon 5 Meter 5 Höhenmeter haben wir schon von 511 jetzt haben wir noch ein bisschen was vor uns aber heute ist die optimale Tag weil es brennt die Sonne nicht runter es ringt aber auch nicht es ist richtig angenehm das hat zwischen 13 und 16 Grad das passt auch also dabei ist es perfekt von meinem Gefühl nach dürfen sie noch ein wenig auftrickern aber das passt schon 12,1 Meter haben wir noch so schaut das aus ich bin schon gespannt wie es dann wirklich wird Karin hat schon Durst das ist irgendwie ein nicht öffentlicher Weg der was aber trotzdem öffentlich ist weil da unten geht eine Brucken um ja das ist interessant obwohl der Weg nirgends angeschrieben ist geht trotzdem eine Brucken um da sehen wir schon an Wasserfelder was vermutlich auch größer ist als der Futter oder der Ritterberger der Bach was da runter rennt ist der Fuhrgabach hier ist sie wieder die Karin da brauchst du nicht Gürten schau was für die fetten Schwangen da drinnen sind jawohl ja geschafft vermutlich ist es jetzt aber vollgepackt mit sieben Sachen die ich das Leben schöner mache ja 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 wir können da Führer gehen der hat da abgekürzt der ist da irgendwie rauf aber das tun wir nicht nein da gehen wir da Führer und gehen dann rechts ok nein wir denken jetzt nein nein was vollgründer rennen wird hellgründer es soll vielleicht weiß oder gelb sein weiß haben wir genug gehabt ja ich sage es ist schon wie soll es schon ein hellgründer als es wird schon ja so da jetzt sind wir nämlich wenn man da vorne bei einem Baum sieht auf einem markierten Weg in diese Richtung ja 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 mit unseren ganzen Seenwanderungen jetzt haben wir nichts mehr gewählt jetzt mal wieder aufs Neige das Grüne das haben wir schon 93 Kilometer fehlen noch 430 Kilometer heute gibt es so Abwechslung mit Kansieren jetzt Mittag denn heute ist nämlich nicht Samstag heute ist Sonntag ja weil morgen ist Montag der erste Mai und da ist natürlich frei Karin probiert schon die ganze Zeit ein Schmetterling zum Filmen aber irgendwie tut der mit ihr kurz zum Ausspülen kommt man sich vor jetzt steht dann für uns gleich eine Flussüberquerung an jawohl Karin und Stefan nochmal bei einer Flussüberquerung das wird was werden das wird was werden das wird was werden so wie letztens mal bei Energie Wasser wird ja genau bei einer Flussüberquerung aber ich muss euch leider enttäuschen das ist einfach nur ein Brücken es ist einfach nur ein Brücken tut mir leid vielleicht auch ein anderes Mal und ich weiß nicht dass du es schon wieder nicht gefilmt hast ich geh auf den Kleinen die Kleinen die Kleinen Fuß sind klein genau da kannst du nämlich schön anhalten da kannst du durch das Wasser lieber ja dann kannst du unter einer ca. tschuhe raus gehst durch das Wasser ich film's jetzt geht's weiter da den schmalen Pfad das ist aber eine Ehre was sagst du tut er eine Wanderung da mein Hoch da geht's um Burgau wir sind da jetzt auf der Leidlalmstraße und da geht's jetzt anscheinend weiter Richtung Fachberg Halles Wiessee schau das ist interessant unten schreiben sie es mit zwei L und hier oben und hier oben und hier oben und da schreiben sie es mit einem L ok dann hab ich das sicher falsch geschrieben aber es macht nichts ich glaub nicht jetzt haben wir sich auch verlassen da weil das ist das Wichtigste auf einer Wandertour mhm und jetzt geht's weiter wir haben noch ein Stückchen jetzt hat's mir einen Arm verschlagen einen Arm hat's dir verschlagen meine Ohren auch deine Ohren auch deine Ohren hat's dir verschlagen ja ich muss mal schauen wie hoch das sind wir sind erst auf 671 Meter ja war echt gut ja das ist nicht einmal so hoch wo ich wohne ja gehen wir jetzt einfach weiter und zwar so lang bis zuerst mal beim See sind das ist aber ein neuer Jagerstandl das ist ein ganz neuer modernes Jagerstandl sogar mit einem Plastikfenster drinnen mit einem Glasfenster aber er ist mit dem Bau noch nicht ganz fertig er hat erst zwei Stufen die anderen länger noch dort ja da ich meine da hat's ihn dann nicht mehr gefreut zum weiterarbeiten oder es ist regnet worden kann natürlich auch sein das ist auch nicht gegangen ihr seht's ja da beim Höhenprofil das war so ich sag' ich über die Tippen dazu weil es waren so Berg ich glaub' dass das der da oben ist und dahinter der See ist glaube ich aber wisst ihr eh wie das bei mir mit dem Glauben ist jetzt haben wir da nochmal jetzt haben wir da nochmal jetzt haben wir da nochmal ein bisschen einen steileren Anstieg und das schaut da vorn so linksauf wie genau so aus wie wenn es das sein müsse du kannst dir die Steine nehmen aber wenn es da rutscht geh einfach schnell durch los wahren ja wirklich ohne Scherz die kloppert schurk ich bin drinnen nass aber nicht wirklich ohne Scherz weißt du was gut ist ich glaub mir das Teiche dass es keine Minusgrade hat ja und ich zum Glück habe ich sehr viel Socken mit ohne Scherz die ist ein bisschen echt wahr ja da vorn ich kauf mir eine neue ja 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 ist in Ordnung passt ja es war nur kurz aber jetzt spüre ich nichts da drinnen ja 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 ein bisschen es ist schon was reingekommen ja bei mir nicht verstehst du meine billigen tactical soldier ja ja die Schuhe von Amazon sind dicht na gut und der Karin ihre Billigen die Amazon sind dicht aber so ist es halt oft ja auch wieder getrocknet und die Sonne scheint ja 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 da wird es raus gedampfen was die Schuhe voll so die Karin dampfen wie so ein Dammflug das war aber noch nicht der Tittenberg glaube ich und wir sind jetzt einmal da herum angekommen Bergsteigerdorf Storbrach Attersee Attergar Salzkammergut Halles Wiessee 811 Irre das kann man wirklich an jeden empfehlen ja und jetzt gibt es die Tour nachher darauf ein Kreiz da unten sieht man den Weißenbach da sieht man auch noch mehr das Weiße ist der schon ganz schön ausgetrocknet also da ist ganz wenig Wasser da fährt man das Weißenbach da hinten ist das Burau wo wir mit dem Auto stehen da ist Weißenbach und das ist die Bad Ischler-Straße wo man Richtung Bad Ischel fährt im Weißenbach entlang da hinten ist der Attersee da hinten sieht man schön den Berg das ist der Buchberg da waren wir auch schon und wieder bergauf grüße an Alex und Alex da ist auch immer noch der Herbst mit dem ganzen Laub aber wir sind nicht so hoch wir sind auf 816 Meter ja aber das ist ja gar nicht auch Schatz was wie es da so geschütt und gerecht hat wie es da alles trocken ist ja ja das geht schnell wo wir gestern gegangen sind war es anders da ist das Baumberg nicht dicht dann kann die Sonne sofort da ja und wenn es halt einmal scheint wahrscheinlich tut es auch wei wenn halt einmal die Wecken nicht davor sind dann hat es eh schon eine Kraft das ist ja nicht das ist ja auch schon Anfang mei da unten ist der See da haben wir auch wie der heile Swiss See nein ich glaube nicht ich glaube nicht ein Stückchen müssen wir noch gehen also das war irgendein Viech das war definitiv kein Mensch oder es war wie ein Wermitsstöckeschuuch das kann man ja immer wohl nicht vorstellen müssen nein da wir mit Stöckeschuuch geht noch was ja wie ist das? ja so wie ein Bachstein gehen sie auch mit Flip Flop das versteht halt nicht jeder dasselbe und ein festes Schuhwerk ja ja aber ich sag euch jetzt gestern sind wir kurz am Parkplatz stehen bleiben in Burgau bei der wo man zur Burg Graben Glam gehen kann oder in Taisenau und wenn wir geschaut hätten ob Burg Graben Glam offen ist ist aber immer noch behördlich geschlossen seit 2017 und da sind wir nicht so ein Stückchen Wanderweg mit normalen Thurnen schon gegangen und das war so ein so ungutes Gefühl man hat keinen Halt gar nichts nein also das ist richtig arg und jetzt geht es da vorne der letzte Anstieg auf und dann geht es noch runter zum Halles-Wies-See ich weiß nicht ob wir jetzt schon am höchsten Punkt sind oder nicht ich weiß nicht dass es noch mal kurz bergauf geht da schaut es aus wir wollen wir es noch nicht ganz weiraten es kann gut möglich sein dass es noch mal kurz ein bisschen bergauf geht aber nicht mehr viel eigentlich nicht mehr viel da geht es zwei Stunden auf dem Leonsberg ziemlich zack wir gehen aber da weiter jetzt werden wir das ein bisschen umgehen aber das gute ist es triggert schon auf es trocknet schon auf Hummel entschuldige ich wollte dich da jetzt nicht stören wir haben es durch das Sumpfgebiet geschafft ich bin auch noch da wir sind immer noch auf dem Tittenberg das muss jetzt einmal bergab gehen das war auch der höchste Punkt unserer Tour jetzt geht es bergab zum See ich bin ein Vögelchen mhm da fliege einmal ja frissen oder was darfst du das aussuchen das glaube ich das gefällt das gefällt fliegen ich wollte hat die jetzt auf mich geschießen oder habe ich die jetzt zurück noch absichtlich es kann nicht sein dass die nichts aushalten da hinten ist der See ich weiß da geht es jetzt zum See ich weiß da geht es jetzt zum See da oben da müssen wir nach und dann wieder rauf also rundum gehen kann man da definitiv nicht das macht aber auch nichts jetzt weiß ich auch von wo der Name herkommt das ist wahrscheinlich die Wiese vom Halles Halles Wiesensee Halles Wiesensee siehst du das vermute ich halt einmal ganz stark aber jetzt werden wir mal da hinten ist ein wenig ein Hütterl vielleicht ist da irgendwo eine Sitzgelegenheit oder was ja dass wir da hintere gehen wie du kannst genau da gehen wir jetzt hintere und da werden wir da ein bisschen was uns zum Essen zubereiten da werden wir dann hinten nachher voller Feier wieder unser unser trinken nachfüllen ins Trinkblasen beziehungsweise flaschen nein flaschen hat heute keiner mit weil wir müssen natürlich den selben Weg wo wir heute wo wir hergegangen sind wieder zurückgehen das werde ich aber dann nicht mehr filmen Bockalm füttern verboten betreten auf eigene Gefahr das ist eh offen das ist eh alles Wiesensee das ist eh das ist eh das ist eh das ist eh so wir haben jetzt da unseren Brot gefunden Wenn wir uns jetzt was zum Essen machen, wollen wir dann wieder die Heimreise anbringen. Es wird jetzt wahrscheinlich bei den nächsten Wanderungen was anderes. Ich nehme einen Gaskocher, ich habe nämlich ein Trangierset gekauft. Das ist so ein Spiridus-Brennspiridus-Brenner. Und da werden wir dann ab und zu sogar ein bisschen kompliziertere Mahlzeiten als wie so 5 Minuten Aufwärmen, Wasser, Einfüllen, Dings machen. Es kommt immer darauf an, wie weit wir gehen müssen. Oder wie viel Zeit haben wir. Jetzt werden wir mal essen. Karin isst eh schon. Meinst du, ist auch schon fertig? So, möchtet man sich nochmal. Jetzt zeig ich euch einen Lifehack. Scheiß Kaffee, so heiß ist. Im Gasthaus gibt es für die alten Leute ein Bierwarmer. Das ist ein Kaffeekühler. Gehen wir mal. Ich weiß nicht, ob mein Lifehack so gut funktioniert. Aber eigentlich schon. Weil die Tasse nicht ganz was dünnes ist. Es ist sofort heiß, aber auch sofort kalt. Ich hätte mich nieder sitzen können, ohne dass es mich gefressen lassen hat. Das ist auch schon was wert. So, da haben wir gespeiset, geästet und getränkt sozusagen. Da war unser Platz. Karin is grad noch beim Fertigmachen, Rucksack aufschultern. Und wir werden uns jetzt auf den Rückweg machen. Ich weiß nicht. Flussüberquerung, die zweite. Yeah. Da gehst du rum. Da steigst du auf den Start, dann steigst du einmal in die Mitte. Ja, warte einmal, warte weg, warte weg. Ich muss jetzt schauen. Ja? Ich will nicht ganz. Ja? So nass. Und? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub, du brauchst echt einen echten Schwuch. Ich bin schon wieder mal was. Mein rechter. Ich glaub ja, die zweite war das. Jetzt ist aber nur der rechter. Nicht beide heute, gell? Ja. Dieses war nur der rechter jetzt. Weil ich keine Chance gehabt hab. Keine Chance hat's gehabt. Wie will ich denn sonst? Ja, es hilft halt einfach nix. Und baut. Tarin hat die Stecker nachgepackt. Ja. Da habe ich jetzt schon. Ja, ist ja kein Thema. Der IDEP hat's wieder nicht mitgenommen. Für was gibt's ja die Steckern. Mhm. Was steckt? Ja. Wir sind noch immer im Abstieg. Wir sind schon auf 600 Meter herranken. 900 waren wir. Ich glaub 900 oder 800 irgendwas waren's auf dem höchsten Punkt, bevor wir zum See gegangen sind. Und wir werden ca. um 18,30, halber 7 beim Startpunkt, also beim Auto angekommen. So, da kommen wir jetzt wieder zu der Baume, wo wir heute schon mal gesessen sind. Wir sind eh schon auf der Endetappe, also es ist gar nicht mehr so schlimm. Und da werden wir jetzt nur Apfel essen, weil ohne Apfel ist kein Wander nicht. Apfel muss sein. Dann haben wir unter 6 Apfel gegessen. Wirklich? Ja, gestern zwei, heute. Ach so, so rechnet's. Ja. Ja, 6 Apfel, weil nur 6 Apfel machen keinen Sinn. Ja. Ja. War ja ganz cool. Mhm. Also, die Strecken ist eigentlich cool. Mhm. Jetzt gibt's das dann auf Komod auch, weil vorher hat's die auf Komod nicht gegeben, nachdem wir sie reingestellt haben. Da kann man gern oder könnt's gern nachwandern. ein bisschen Zeit mitbringen, es sind ungefähr 500 Höhenmeter, aber nicht extrem steil. Es ist eigentlich nur die eine steilere Passage drin, die was, nein zwei sind sie. Die eine steile Richtung See gehen nach dem Fluss. Mhm. So eine Flussüberbewehrung. Und beim Retour gehen dann eigentlich wieder vom See auf den Berg, auf den Tittenberg. Ja, dann hab ich Tittenberg da auf den Berg. Ja, Tittenberg. Weil das im Höhenprofil so ausgeschaut hat. Das ist das Einzige und ansonsten eigentlich ganz normal. Also, nix wird bewegen das nicht. Jetzt sind wir auf der Schlossetappe. Jetzt sind wir auf dem Weg, wo wir in der Früh weggegangen sind. So, das war's mit unserem Video. Wir sind ein paar Kilometer gegangen, wie viel weiß ich noch nicht genau. Das kriegt's aber nur in Erfahrung, wie viel das waren. Um die 14, glaube ich, oder 15. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Like. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne einen Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr gar nichts falsch machen wollt, auch auf die Glocken. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn wir ein neues Video aufstellen. In diesem Sinne zum letzten Video. Kommt's ja da. Automatisch ausgewordene Video. Da oben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. So, tschüss Karin. Tschüss Karin.